Hallo und willkommen zu dem Böller Video von mir hier dem neuen, denn es ist heute ein echt gutes und zwar die Cobra 6 BP Silber von Di Blasio Elio Hier mit der schönen Cobra Schwarzpulverböller die sehen auf jeden Fall sehr sehr edel aus haben auf jeden Fall schon mal eine fette Visco dran ja dann die Rückseite so wow das ist einfach krass ja die glänzen schon so die gibt es auch als Reibkopf Version ja und dann geht es auf zum Test, viel Spaß so Cobra 6 BP Silber mache ich mal eine lautstarke Messung so naja aber das Gerät ist eh sinnlos es gibt sogar ein Grat da so Dollar 2 naja okay aber laut sinds auf jeden Fall und dann tschüss bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal